Das ist Claudia. Sie hat M622 die Farbe, Deep French und von vorne sieht sie so aus. Es war ein langer Weg, aber es hat sich gelohnt. Also ich finde es schön und wie findest du das? Auch schön, richtig gut geworden. Schön, das freut mich und hab viel Spaß, viel Freude und bis nächstes Mal. Bis zum nächsten Mal.